Hallo zusammen, ich bin Bösser Gummibom und willkommen zurück zu Let's Play Crusader Kings 2 als immer noch Königin Fluffy Gummibom, die Weise von Leidratia. Wir befinden uns in einem hoffentlich äußerst lukrativen Krieg, um das hoffentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, Herzogtum unter Auer, sondern ein Obersohn, sorry. Was ist die Provinz von... Wir haben einen Ketzerhammer. Wir haben eigentlich einen ziemlich guten Patriarchen. Ich hoffe, der räumt jetzt einmal auf. Die ganzen Herumgeketzen. Das geht ja so nicht. Ähm, du brauchst wieder einen neuen Fokus. Wir... Ja, gehen wir dir doch mal Diplomatik. Why not? Why not? Landlose Söhne, eh klar. Also habe ich acht Länder? Ich soll sieben Länder haben. Ich muss das achten, was mir gehört. Oh, mir gehört eine Baronie. Oh, aber die darf mir gehören. Wir können einfach mehrere Baronien da drin gehören. Interesting. Achso, dann sollten wir aber da auch mal was bauen, hm? War ja dahint dann. Ähm, machen wir doch mal als erstes hier ein Bootstädtchen rein. Wenn wir noch mehr gehen. Weitere Sieg. Dann gehen wir dich mal aufrollen. Äh, da bräuchten wir jetzt aber wieder die Befehlshaber büschön. Ein weiterer Sieg. Sehr schön. Er hat eine Provinz bekehrt. Das freut mich sehr. Wer ist jetzt bitte hier Ketzer geworden? Du bist aber Hasin. Ja, der will gleich wieder, der will gleich wieder bekehrt werden. Hundertprozent. Oh, wir sind schon fertig. Okay, jetzt schauen wir uns unsere Anforderung erzwingen. Damsty, it did actually totally work. Er ist jetzt der Herd. Er hat jetzt halt leider da alle möglichen verstreuten Sachen, die eigentlich nicht ihm gehören sollten. Ah, nein. Stimmt gar nicht. Doch ein paar, oder? Digger. Digger gehört ihm. Wo es eigentlich nicht ihm gehören sollte. Aber ich habe deinen Anspruch durchgesetzt. Oh, you dick. Oh, it's great anyways. Na ja, und das oben ist nicht... Es ist nicht alles super, aber... Oh shit, da ist schon das heilige, lukische Reich. Oh no. Ähm, wir müssen uns ein bisschen ausbreiten darauf. Dozia, ja, langsam, langsam ecken wir bei mächtigeren Gegnern an. Äh, oder Nachbarn. Wie lange brauchen wir noch aufs Reich? 80% habe ich da gebraucht, oder so, gell? Der Recht will ich die Herrschaftsgebiete für diesen Titel. 58% haben wir momentan. Okay, ich meine, da unten können wir noch relativ easy... ...ein bisschen uns weitergraben, aber nicht besonders viel. Naja. Dichtig, das ist noch eine Jura-Herzogtum, oder? Sind zwei. Die und die beiden. Junkert das hier eigentlich? Aha, das hat jetzt der... Alright, alright, whatever. Äh, die können wir dann hier nochmal heilig bekriegen, aber zuerst einmal das Militär wieder abrüsten. Du kommst hier runter. Naja, wir haben ein Verteidigungsbündnis gegen uns. Wir haben eine Bedrohung von 21,3%. Okay, jetzt haben wir ein bisschen eine fettere Bedrohung. Wie gesagt, in Formstammann sollte das eigentlich tunnächst ausschalten, weil es halt ein bisschen weird ist. Ein bisschen wie die Koalitionsmechanik in Europa Universalis 4. So wie ich es verstanden habe. Und so wie es momentan aussieht. Ich könnte ein neues Kaiserreich bereits gründen. Mach ich aber nicht. Ich will, dass es bereits gibt. Hofarzt anheuern. Dass man Maya morden will. Maya, die einfach keine Kinder bekommen wollte. Okay, ich schau. Na, Maya kann ruhig dabei sterben von mir. Das wird's fein. Wenn sie jetzt Deppardies zum Kinder kriegen. Herzog in Bobo von Zug beschwert sich aus dem Kerk über der dunklen Zelle. Ähm. Wer ist mit dem Verlies? Bam. Fuck off, dude. Ist auch noch bei mir beschwerend, nachdem er sich wie ein Arschloch verhalten hat die ganze Zeit. Höchernicht. Ich meine, wie viele Truppen hat der zur Verfügung? Eh nicht viele gerade. Mein Zorn sollte ich schmecken. Yes. Yes. Haben wir noch ein großes? Nein. Ein großes Herzogtum. Das heißt, der gleiche Herzog hier. Ihr könnt alles hier und das ist unter dem Herzogtum Brauna. Brauche ich denn eigentlich nur wieder Anspruchsteller auf das Herzogtum Brauna. Gibt's aber nur einen Elefanti, der nicht will. Wie gesagt, das heißt, müssen wir uns eh unten ausbreiten. Die tun sich ja zusammen auch noch auf einem Haufen. Was habt ihr denn hier für Kriege gerade? Oh, heiliger Krieg. Interesting. Herr Kaiser, wie viele Truppen hast du? 22.000. Die haben nicht einmal so viel mehr als ich. In letzter Zeit sind viele Bauern in die Grafschrift geschohlen. Alle kriegen sie Geld von mir. Müssen eher ein bisschen chillen. Miliz-Übungsplatz brauche ich hier, wie gesagt, nicht unbedingt. Wir schauen uns mal wieder um. Ställe wären vielleicht gar nicht so schlecht. Checken wir uns mal ein paar Ställe. Übungsplätze können wir uns hier noch reinhauen. Ebenfalls ein Übungsplatz, okay. 19,4. Ich hoffe, das flacht langsam ab. Macht das hier unseren... Nein, du machst immer noch... Ich will das hier machen, weil das bringt... Bedrohungsrückgangstempo plus 20%. Ich will nicht den Krieg erklären. Einige Krieg kommen. Da machen wir einige mit. Dann machen die dann alle wieder mit. Nur ich dieses kleine, kleine Kriegchen hier führe. Aber wir haben einen Diureanspruch. Wir machen trotzdem immer noch alle mit. Wurscht, wie ich es mache. Wie steht es um unsere moralische Autorität eigentlich? Das ist nicht mehr so toll. Also ein paar heilige Kriege gewinnen wir vielleicht gar nicht das Schlechteste, okay. Dann sollte ich vielleicht da nochmal nachschauen, wer sind jetzt tatsächlich deine Pakte, ey. Du musst einmal... Da bringst du nur ein Bündnis. Was ist das mit mir? Aha, du bist Mitglied eines Verteidigungspakts. Also wegen dem Verteidigungspakt, okay. Chill einmal kurz. Wir müssen eh wegen der Bedrohung aufpassen. Oh. Konnte ich kurz wieder einsperren. Wie gewonnen, so zu rauen. Und jetzt kann ich schon wieder nicht mehr. Jetzt das sind wir die... Ah ja, meine Punkte. Das ist die Gesamte... Das Gesamtprestige meiner Dynastie. Oder der... Das Gesamtprestige der Leute, die vor mir waren. Da sind wir eigentlich ziemlich gut unterwegs. Äh, Gefährdichfraktion... Excuse me, what? Notabär... Notabär... Okay, wer von euch vollidioten ist wenigstens halbwegs begabt? Niemand wirklich, aber Snowball ist fein. Ja, mach einfach das. Was ist das? Ja, mach einfach hin, was allgemein ist, wo nicht allzu viel schief gehen kann. Nachdem du nicht wahnsinnig begabt bist. Ich meine, die Bedrohung geht eh ganz okay zurück. Großes Turnier. Wollen wir mal noch ein großes... Oh, ich... Ich hab keinen Hofarzt mehr. Keinen Hofarzt. Machen wir dich zum Hofarzt. Ich hab keinen Regenten momentan. Natürlich hab ich meine Nachfolgerin Regenten. Aber das ist nicht meine Nachfolgerin. Ne, 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 ne. Wo ist meine Tochter? Where is the fucking... Ear? Tu sechron. Hallo? Ich bitte mein... Wo ist meine... Wo ist meine fucking Tochter? Prinzessin Maja heißt sie, okay. Dann lass uns doch noch mal schauen. Ma... Es gibt keine Maja? Ja. Ah, okay. Ich darf sie nicht zum Regenten machen. Alright, wer machen wir denn sonst zum Regenten? Gestriegelt, gemäßigt, gerecht. Mag mich ist fein. Du wirst eine neue Regent. Keine Hofzwerge und kein Hofnarwin. Können wir uns zum Hofzwerg machen? Das ist der Eisgut. Du bist der Zwerg, genau. Bernadette. Ich meine... Wie ein dick Move. Sie mag mich. Wieso magst du mich? Mutter. Kann ich meine eigene Tochter zum Hofzwerg machen? Magst du mich jetzt weniger? Oder ist das eh okay? Hofzwerg plus 10. Sie mag Hofzwerg sein. Ups. Mein Fehler. Sorry. Der Hof nahe ist das Negative. Hofzwerge. Sehr gut. Na dann, äh, enjoy. Töchterchen. Dann machen wir zum Hoflehrer. Wuscht, machen wir dich zur Hoflehrerin. Das passt schon. Weiteren Befehlshaber. Einer noch. Ich meine, du bist ambitioniert. Das heißt, ich... Oder ehrgeizig. Das heißt, ich hätte es vielleicht eher gerne, wenn du sterben würdest. Von dem her könntest du eigentlich Befehlshaber werden. Oh, komm. Ey, ja. 16,1% Bedrohung noch. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach ein bisschen Däumchen halten. Oder ein Däumchen drehen, wenn ich das Ganze... Jeden will man irgendwo ermorden. I got it. I got it. Das ist fein. Bauen wir hier mal noch einen Bergfried hinterher. Jetzt habe ich schon wieder eine Fraktion. Ich kann irgendwem irgendwas wegnehmen. Erzogtum Digger. Wem kann ich das wegnehmen? Wo ist das überhaupt? Das hier wäre Digger. Okay, wer ist hier was? Du kriegst es in einem Grund da dazu. Okay. Was ist mit dir? Das ist dein Lensherr. Das ist dein Lensherr. Das ist nicht den gleichen Gehirnkart. Warte mal. Dirk hat das. Dirk hat ebenfalls das. Oh, shit. Du bist das. Gräfin von... Gräfin von Scharokan. Gräfin von Grimm und Gräfin von was noch? Sorry. Oli, Schi, Grimm und Scharokan. Well, fuck is Scharokan. Das dauert nochmal gar nicht so schlecht. Ich glaube, wir geben dir... Übernehmen... Achso, sorry. Das Herzogtum Digger ist da unten. Oder? Warte mal. Ich bin gerade... Ich bin gerade verwirrt. Nein, das Herzogtum Digger ist hier. Wem habe ich das gerade weggenommen? Auch egal. Yo, du bist neue Herzogin von Digger. Gratulation. Wieso ist es aber jetzt nicht da oben? Habt ihr jetzt gleich mal den Krieg eingefangen? Nein. Mit wem anderen hast du den Krieg eingefangen? Alright, that's fine. Ist es schon wieder mit Fraktionen hier? 20.000 Mann mit der Erhöhung... Jetzt macht es des Rats. Was ist dein Problem, Junge? Was ist eigentlich dein Problem schon wieder? Ich meine, wir müssen auch deswegen Geld ansparen, weil... Sobald meine Tochter dran ist, wird es noch runter gehen. Okay, ja, fein. Bringen wir ihn um. 14% Monatlicher Rückgang 0,2 von Faride. Oh, mein Mann ist gestorben. Upsi. Wenn du wärst gut, aber wenn hätten wir noch so... 9 Secret Herzog von Obersohn. Da lassen wir es dicht sein. Ist fein. Sollte ich heiraten wirklich? Wen heiratet man denn? In den Berli. Ich meine, wir müssen nicht materilinear heiraten. Wir können ja keine Kinder mehr bekommen. Aber irgendwie finde ich es... Es ziemt sich nicht, dass wir nicht materilinear heiraten. Werden wir echt gute Stars. Du bist auch 64. Wirst du zusammen alt werden. Ja, machen wir das. Hauptzahl. Okay, jeezig. Ein Porträt von König Aserbjörn von Laidrazia. Halt um 91 Gold. Mein Gott, sind alle gleich angepisst. Kaum will man mal jemanden nicht ein Porträt malen lassen. Und da passieren auch alle möglichen Dinge da oben, die ich nicht ganz checke. Let's find out. Die Bergflit wird erst gerade noch gebaut. Nur noch 12.000. In einem Bündnis wurde geschmiedet, von dem ich keine Ahnung habe. Jedermann... Wir kriegen das eh nicht zusammen. Scheibe, das Kind zu killen, leider. Kannst du es auch ruhig jedermann wissen lassen. Oh, da könnten wir noch einen Tierfarm bauen. Bauen wir da auch noch die Tierfarm. Autobündnisse. Ich bewundere im Geheimen eine Person, die jetzt schon seit vielen Jahren im Zölibat lebt. Ich bin San Sebastianisch und frauen noch dazu. Ich habe sogar schon das Zölibat in Betracht gezogen. Aber es gibt immer etwas, was mich an der Beschreitung dieses Weges gehindert hat. Ja, fragen wir sie um Rat. Wir wollen nichts zu Zölibat haben. Okay, irgendein Aufstand. Irgendwelche Ketz... Ich meine... Glaube ich sicher nicht. Wiederum bei Ketzern kommt meine eigene Armee zum Tragen, weil das lasse ich nicht zu. Außerdem... Das ist mit dir. Ist er jetzt gestorben? Okay, nehmen wir andere. Auch egal. Okay, ihr macht schon ihn fertig. Sehr löblich. Sehr löblich. Ich glaube, ich brauche meine... Ja, wobei... Fuck it. Braucht man die Folge gar nicht, wollte ich sagen. Aber... So lange dauert es jetzt auch nicht, darüber zu kommen. Bis dahin haben sie das eh noch nicht fertig belagert. Das heißt, das sollte eigentlich überhaupt kein Problem sein. Da haben wir 14.000, das ist nochmal ein bisschen mehr. Das kann dazu führen, dass ich weniger Truppen verliere. Ihr kriegt auch kein Land für eure Söhne. Ich weiß nicht, ob es da um meine oder um ihre geht. Ich soll es mir nochmal genau durchlesen. Forderung erzwingen. Weg damit. Du kommst wieder zurück. Und selbstverständlich wird dieser Ketzer gleich wieder hingerichtet. Böre, weg mit dir. Gehängt? Ich dachte, wir würden dich verbrennen. Mein Gott, Sir Burrington war gebannt von der Anmut und Stärke von Jagdvögeln und bat mich da selbst um einen Vogel. Sicherlich darf es doch auch den Ehepartner der Königin erlaubt sein, den edlen Zeitvertrag der Falkenerei genießen zu dürfen. Sure. This is fine. Wunderschön, dass der Verteidigungspakt gegen dich aufgelöst wurde, aber bei mir nicht. Ich meine, ich schaffe es schon noch gegen den Verteidigungspakt. Es werden immer noch... Oh, doch, 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 warte mal. Ah, jetzt fangst nur noch du mit. Wer bist du? Wie viele Trüppchen hast du? 7.000, also quasi eh nix. Ich könnte jetzt schon zumindest das mal holen. Ich muss ständig an all diese Gefangenen in meinem Kerker denken. Sie sind mir völlig ausgeliefert. Sie zu foltern. Ach, das wäre ein Nervenkitzel. Mich an ihren Schreien zu lahmen. Die Panik in ihren Augen sehen. Äh, fein. Wir sind böse. Habe ich gerade beschlossen. Ich meine, wir sind eigentlich auch gut. Wir sind zwiegespalten, alright? Und 73 Jahre alt. Omas haben es immer Faustdick hinter den Ohren. Alright. Ich werde hier meinen Cut dran haben. Ich hoffe, dass es mir Spaß gemacht hat, zuzusehen. Wenn das der Fall war, lass doch einen Like zu dem Video auf den Channel. Aber vor allem schon beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba.